Wenn wir die Sicherheit hätten, dass das, was wir tun, von Erfolg gekrönt ist, hätten wir keine Angst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. Was steckt da dahinter, hinter diesem Thema Sicherheit? Wir gehen oftmals neue Projekte an. In meinem Fall sind es natürlich die Projekte meiner Coaches in Form von, ab sofort werde ich dafür sorgen, dass ich 20 Kilo abnehme. Ab sofort werde ich dafür sorgen, dass ich wieder sportlicher werde, dass ich was für meine gesunde Zukunft tue in Form von dreimal Sport in der Woche, 45 bis 60 Minuten. Ich werde mich in Zukunft darum kümmern, mehr zur Ruhe zu kommen. Hätte wir bei all unseren Vorhaben, die wir vorhaben, die Sicherheit, dass am Ende das Ganze mit Erfolg gekrönt ist, würden wir es tun. Und jetzt ist die große Frage, wie oft ist diese fehlende Sicherheit, die Blockade, die Effizienzblockade erst gar nicht ins Tun zu kommen. Ich würde mal spekulieren, mindestens 80 Prozent. Denn hinter Unsicherheit steckt auch immer die Angst. Die Angst, wir schaffen es nicht. Die Angst, wir werden versagen. Die Angst, dass dann andere uns verurteilen, dass wir es nicht drauf haben, dass wir nicht gut sind, dass wir sozusagen eine Pfeife, dass wir Pfeifen sind. Dass wir keine Umsetzer sind. Diese Bewertungskriterien, die dann von außen kommen. Das ist meines Erachtens nach eine ganz große Effizienzblockade für ganz viele Menschen. Geht mal selber an euch rein und überlegt mal, wenn wir ein neues Vorhaben planen, über was machen wir uns Gedanken? Wir machen uns ganz oft Gedanken darüber, dass gewisse Dinge nicht funktionieren könnten. Dass wir es nicht schaffen, an unser gestecktes Ziel zu kommen. Dass wir nicht in die Umsetzung kommen. Dass andere von uns denken, dass es nicht gut ist oder machen, dass die Qualität dessen, was wir da gerade abliefern, nicht besonders hoch ist. Und jetzt drehen wir das um. Überlegt mal, wir hätten die Sicherheit, dass das, was wir tun, auch zum Erfolg führt. Das heißt, wir spulen mal ein halbes Jahr bis Jahr bis zwei Jahre vor und denken nochmal darüber nach. Okay, wir haben alles geschafft. Also der grüne Haken ist schon dran. Wir haben alles so hinbekommen, wie wir uns das vorstellen. Hätten wir diese Sicherheit zum Einstieg, würden wir auch ins Tun kommen. Nur ganz oft kommen wir gar nicht ins Tun. Genau aus diesem Grund. Weil wir keine Sicherheit haben. Und dann suchen wir ganz oft die Sicherheit bei jemand anders. Indem wir jemanden fragen, der uns sagt, natürlich wirst du das schaffen. Selbstverständlich, es haben schon ganz viele vor dir geschafft. Und mit diesen Aussagen, wenn dieser Mensch, der diese Aussage trifft oder das Buch, was wir lesen, wo diese Aussage für uns plausibel ist, dann kommen wir ins Tun, weil wir dann Sicherheit haben. Wäre es da nicht sensationell, wenn wir selbst für Sicherheit sorgen könnten? Folgendes Beispiel. Wir machen was Neues. Wir fangen was an. Irgendwas, egal was. So. Und dann kommt schon mal die Angst, wir können das nicht schaffen. Es ist schon mal da, dieses Zweifeln. Na, das wird nicht funktionieren. Und dann gehen wir in uns und überlegen mal, wie viele neue Projekte haben wir in unserem Leben schon gestartet? Und wie viele davon waren letztendlich tatsächlich nicht erfolgreich? Bei den meisten Menschen werden wir feststellen, dass der größte Anteil all ihrer Vorhaben funktioniert haben. Vielleicht nicht in der Zeit, wie sie es sich vorgestellt haben. Vielleicht nicht in dem Umfang, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber im Grunde genommen haben die meisten unserer Vorhaben funktioniert, weil wir alle Energie reingelegt haben. Und jetzt können wir hergehen und können auch mal überlegen, inwieweit können wir uns selbst die Sicherheit geben, dass das, was wir tun, letztendlich auch erfolgreich sein wird. Denn wenn wir mit Sicherheit an was reingehen, sind die Ängste, die Versagensängste, die Verlustängste, sind viel, viel kleiner. Denn das stellt immer wieder, gerade in meinem Beratungsbereich, ganz oft eine Effizienzblockade dar. Diese fehlende Sicherheit, diese fehlende eigene Sicherheit. Diese Ängste, die hinter dran stecken. Jetzt gehen wir auch nochmal rein und überlegen, diese Ängste, sind die wirklich nur eine Blockade? Oder sind Ängste nicht auch in irgendeiner Art und Weise sogar sehr wertvoll? Ich werde jetzt feststellen, die Angstdefinition ist ja, Angst ist was Schlimmes, Angst ist trausam, Angst ist immer mit was Schlechtem verbunden. Doch ist die Angst wirklich so schlecht? Oder sorgt nicht diese Angst, die wir haben, dafür, dass wir aufmerksam sind? Dass wir das, was wir tun, gut überlegen? Dafür ist die Angst da. Das ist die Definition Angst. Die Angst ist ja nicht so, dass die umsonst da ist. Gut, wir müssen natürlich zurückgehen in die Uhrzeiten, da war die Angst was ganz anderes. Da war die Angst ein Stück weit überlebensnotwendig. Denn wenn wir da keine Angst gehabt haben, uns kam ein Säbelzahntiger um die Ecke und wir, hey, mach mal locker, dann hat er uns gefressen. Da war die Angst schon sinnvoll. Da war auch das ganze System, was hinten dran steckt. Wie zum Beispiel, dass sie neben ihren Rinden dann im Millisekundenbereich anfängt Stressformen zu bilden in Form von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol hintendran. Adrenalin ist natürlich wichtig für unsere Kraft, für unsere Explosivität, für unsere Aufmerksamkeit, Noradrenalin, dass wir besser sehen können, besser hören können, so beriehen können. Alles wichtig für einen Fight-or-Flight-Modus. So, aber heute ist natürlich die Frage, ist dieses System, was in der Uhrzeit überlebensnotwendig war, noch heute angebracht? Ist das noch sinnvoll in diesem Ausmaße, dass wir das genauso nutzen wie vor Tausenden von Jahren? Dann stellen wir fest, nein. Denn die meisten Situationen, die uns betreffen, was mit Ängsten zu tun haben, haben in der Regel nichts damit zu tun, dass wir in einem Überlebenskampf sind. Wenn wir aber in unserem Kopf diesen Überlebenskampf mehr oder weniger simulieren, indem wir Angst vor Versagen haben, Angst, es nicht zu schaffen, Angst, dass wir alles verlieren werden, ist das ein kleiner Überlebenskampf. Und wenn das ständig in unserem Kopf ist, diese Unsicherheit, ständig diese Ängste in unserem Kopf sind, dann ist ständig dieses System, dieses Fight-or-Flight-System, die Nebenhirnrinde, die im Millisekundenbereich Flucht- und Schutzhormone bildet, ist ständig eingedriggert. Sicherlich nicht in diesem Ausmaße, wenn es tatsächlich um Leben und Tod geht, aber immer unterschwellig. So, und jetzt ist die Frage, ist das gut für uns? Denn was passiert? Unser Körper ist super aufmerksam. Unsere Sinnesorgane sind die ganze Zeit unter Hochleistung. Ist das gut für uns? Nein, das ist nicht gut. Und so ist auch hier wieder die Frage, wie gehen wir hier am besten vor? Wie gehen wir hier am besten vor, diese Ängste abzubauen und Selbstsicherheit zu geben? Und da gibt es eine Technik, irrationale Kerngedanken durch rationale Gedanken ersetzen. Jetzt ist die Frage, was ist ein irrationaler Gedanke? Ein irrationaler Gedanke ist, ich habe jetzt ein Business und das läuft ganz gut und da kommen zwei, drei Monate läuft es nicht. So, was passiert in unserem Kopf? Wenn in unserem Kopf passiert, das wird untergehen. Ich werde sang- und klanglos den Karren an die Wand fahren. Ich werde nichts mehr zu essen haben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist etwas, was wir oftmals in unserem Kopf an Gedanken haben. Ich werde meine Familie nicht mehr versorgen können. Meine Freunde werden mich belächeln, werden sagen, haha, ich habe es eh gewusst, dass du es nicht schaffst. Die ganzen Menschen, die erfolgreicher sind wie wir, die werden sagen, guck dir an, der Typ hat sie eh nicht drauf, war von vornherein klar, dass er es nicht schafft. Das sind die ganzen Bewertungen, die auf uns einströmen. Ja, und dieses Chaos muss tatsächlich nicht sein. Indem wir uns überlegen, ist das, was wir uns gerade im Kopf zusammenstricken, tatsächlich rational oder ist es irrational? Woher wissen wir, dass es in zwei Monaten nicht besser läuft? Indem wir mal darüber nachdenken, ob so ein ähnlicher Zustand schon mal da war. Da stellen wir fest, okay, in meiner Laufbahn waren schon mehrere Zeitpunkte, wo es genauso war, wo es schlecht gelaufen ist. Da kam wieder ein Moment, wo es gut läuft. Da sind wir natürlich froh, ist alles gut, wir sind gut drauf. Ängste sind weg. Da kommt wieder dieses Down. Und wieder geht es nach unten, wieder sind die Ängste da, die uns blockieren. Irgendwann sind wieder diese Fragezeichen da, diese Zweifel, diese Angst vor Versagen. Wir haben keine Sicherheit mehr und schon fängt unser Gehirn wieder an zu rotieren. Und deswegen gibt es hier diese Technik, irrationale Kerngedanken zu überprüfen, ob die wirklich zulässig sind. Ob die gerecht sind. Oder ob es nur daran liegt, dass wir aus diesem Mini-Down, einen Riesendown machen und ständig unter Druck setzen, eine hohe Forderungshaltung haben, die nicht erfüllt werden kann und darunter leiden und darunter unser Schlaf leidet, darunter unsere Kreativität leidet, darunter unsere Kommunikation leidet. Denn unter dem Mikroskop gesehen ist hintendran nichts anderes wie Biochemie. Eine Vielzahl von Hormonen werden im Millisekundenbereich produziert. Da sind noch Peptide da, die andocken an den Rezeptoren und die ergeben ein gewisses Gefühl. Und das gibt unsere Gehirnsuppe. Und durch die Gehirnsuppe, durch unser Denken, die mit Emotionen verbunden sind, entstehen Gefühle. Und diese Gefühle sind dann in der Regel negativ. Fühlen sich nicht gut an. Wir haben Ängste. Wir sind ständig am Grübeln. Und genau das sind diese Dinge. Unser Gehirn beschäftigt sich mit einem Szenario in der Zukunft, denn meistens befinden wir uns in der Zukunft, das mit Verlust verbunden ist, mit Ängsten verbunden ist. Und jetzt ist die große Frage, ist das zulässig? Dürfen wir diese Gedanken haben? Ja, diese Gedanken dürfen da sein. Nur sie dürfen uns nicht wehtun. Und da ist eine Frage, wie bewerten wir die Situation? Wie bewerten wir diese Ängste? Und das ist immer die große Herausforderung. Denn eine Angst ist eine Motivator und keine Blockade. Unsicherheit kann auch ein Motivator sein, wenn hinten dran gesunde Angst steckt, die sagt, okay, ich bin unsicher, dass ein gewisses Vorhaben nicht funktioniert. Wie gebe ich mir jetzt Selbstsicherheit? Indem ich darüber nachdenke, hatte ich schon mal solche Situationen. Gibt es Menschen, die auch solche Situationen gehabt haben? Da kommunizieren wir darüber, über dieses Thema, sprechen mit anderen Menschen drüber und stellen dann fest, hey, selbst Edison, der es tausendmal probiert hat, eine Glühbirne zum Glühen zu bringen, hatte diese Unsicherheit. Selbst ein Elon Musk hat diese Unsicherheit. Aber er hat stetig weitergemacht und hat die Angst benutzt als Motivator. Hat die Angst benutzt als Energietransformator. Und genau so sollten wir es auch sehen. Lasst uns Sicherheit geben über unser eigenes Denken. Denn hinten dran, die Verhaltensweise, die wir dann an den Tag legen, diese Unsicherheit, woher kommt die? Unsicherheit ist nicht so, dass irgendjemand draußen auf der Straße vorbeiläuft und sagt, so mein Freund, ich schmeiße dir jetzt mal ein Paketchen Unsicherheit an den Kopf, damit du leiden musst, sondern für diese Unsicherheit sind wir ja zuständig. Denn hinten dran, hinter der Unsicherheit steckt wieder eine Angst. Und jetzt sind wir gefragt, unsere Denkvorgänge zu ändern, unsere irrationalen Kerngedanken durch rationale Gedanken zu ersetzen. Jetzt sagst du natürlich, Andres hört sich einfach an, aber so einfach ist das ja nicht. Das ist richtig. Es ist nicht einfach. Nur die Frage ist, hast du es schon probiert? Hast du es schon mal probiert, in dem Moment, wo du Angst hast, wo du Selbstzweifel hast, wo du Unsicherheit verspürst, diese Gedanken erst mal zu überprüfen, sind denn die überhaupt zulässig? Oder habe ich da die falschen Gedanken? Habe ich mir zum Beispiel selbst Ziele gesetzt, die mit der Realität nicht vereinbar sind? Habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt in drei Jahren Millionär werden? Und es war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil ich weder die Basis habe, noch das Wissen habe, innerhalb der kurzen Zeit Millionär zu werden. Nur weil wie jemand anders gesagt hat, pass auf, mein Freund, du wirst nächsten drei Jahre Millionär, weil du das und das machst. War dann die Forderung, die ich hatte, die Forderung, die nicht erfüllbar war, entsteht durch diese Forderung, die ich dann hatte, in Frustration. Das ist so ein Riesenpaket, wie ihr jetzt seht, das uns natürlich unser Leben super schwer machen kann. Und zuständig für den Zustand, wie schwer unser Leben ist, ist unser Denken zwischen den Ohren, in der Zentrale. Da geht es los, wo wir Gedanken haben, das ist die Grundessenz, die Saat, die wir ausstreuen und danach entsteht unser Gefühl. Gehen wir jetzt mal in unser Denkmuster und überlegen mal die ganzen tollen Dinge, die wir schon erlebt haben. Erfolgserlebnisse. Geht mal rein, denkt mal kurz darüber nach. Zum Beispiel hattet ihr ja schon mal im Frühjahr, in der Ausbildung, in der Schule, ein super Ergebnis. Hattet ihr nachher später in eurem Berufsleben mal ein krasses Erlebnis, wo ihr einen tollen Auftrag reinbekommen habt, wo ihr was Tolles abgeliefert habt, wo der Kunde super zufrieden war? Habt ihr mal irgendeinen Speaker-Auftritt gehabt, wo die Leute euch gefeiert haben? Habt ihr sowas gerade im Kopf? Hast du sowas gerade im Kopf? Und wenn du jetzt sowas im Kopf hast, denk mal darüber nach. Stell dir mal kurz die Bilder vor, wie das war. Wie war das, als du in der Schule die super Note hattest? Wie war das, wo du den super Abschluss gemacht hast? Wie war das, wo du einen mega geilen Auftrag an Land gezogen hast für deine Firma? Wie war das, wo dein Kind auf die Welt gekommen ist? Wie war das, wo du geheiratet hast? Wie war das, wo du bei einer Sportveranstaltung ein super Ergebnis eingelaufen bist? Wie fühlt sich das an? Und jetzt in diesem Moment, wo du darüber nachdenkst, entstehen die gleichen Emotionen, wie in dem Moment, wo du es erlebt hast. Zumindest fast die gleichen. Dieses Gefühl ist ein ähnliches Gefühl, weil unser Geist das verknüpft hat. Du ziehst jetzt die Bilder nochmal nach oben von dem, was du da erlebt hast, dem ganz Positiven, was du erlebt hast. Und in dem Moment, wie fühlst du dich? Du fühlst dich gut, du fühlst dich wohl. Es geht dir gut. Du strahlst, du lächelst innerlich, du hast noch einmal dieses kleine Erfolgslebnis, noch einmal. Und obwohl das andere über 20 Jahre zurückliegt. Was hast du jetzt gemacht? Oder was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben gedacht. Wir hatten aus unseren Erinnerungen schöne Sachen ausgegraben, sie nochmal durch unseren Gehirn laufen lassen, indem wir die Bilder vor Augen hatten, das Gefühl vor Augen hatten. Und schon hatten wir die gleichen Emotionen wie damals. Wohlfühlen, glücklich sein, sich freuen, Anerkennung bekommen. Und jetzt drehen wir den Spieß um. Was denkt ihr, was passiert uns, wenn wir jetzt in einer Situation sind, sei es in einer geschäftlichen Situation, sei es in einer privaten Situation, wo wir Unheil erwarten, wo wir Ängste haben, wo wir Selbstzweifel haben, wo wir unsicher sind. Was passiert da in unserem Gehirn? Fühlt sich das gut an? Oder das ist eher ein ganz unangenehmes Gefühl? Jetzt in dem Moment spürst du gerade, diese Gefühle fühlen sich nicht gut an. Diese Gedanken sind nicht schön. Diese Gedanken hinterlassen ein ungutes Gefühl. Diese Gedanken machen mich nachdenklich, machen mich traurig, machen mich unglücklich. Und was haben wir getan? Wir haben gedacht, auch hier haben wir nichts anderes gemacht, wir hatten Gedanken im Kopf. Wir haben diese Gedanken verknüpft mit Verhaltensweisen, mit dem, was entstehen könnte. Und das, was wir gerade gemacht haben, war sogar noch in der Zukunft, weil es ja noch real noch gar nicht eingetroffen ist. Das andere, was wir uns hochgezogen haben, war aus der Vergangenheit, dieses Glücksgefühl, dieses Angenehme. Und unser Körper reagiert darauf. Und jetzt wird es super spannend. Bei der zweiten Variante, was wir gerade gemacht haben, wo wir Dinge gedacht haben, die nicht gut sind, die für uns nicht gut sind, wisst ihr, was da passiert? Im Millisekundenbereich reagiert unser Körper darauf über unsere verschiedenen Drüsen. Und letztendlich, wenn wir das im kleinsten Detail sehen, da sehen wir unter dem Erleidronen-Mikroskop Hormönchen, die miteinander kommunizieren. Da sind Peptide mit dabei, da sind die Vorstufen, da sind Hormone mit dabei und die interagieren miteinander, die kommunizieren. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt haben wir ein Hormon, das ist der Teufel und noch ein Teufel, die kommunizieren miteinander. So, was gibt es? Es gibt ein Streitgespräch, es gibt Unglück, es gibt Mord und Totschlag. Jetzt haben wir zwei Engelhormone, Dopamin und Serotonin, die miteinander kommunizieren. Ja, was wird es geben? Angenehmes Gefühl, fühle mich wohl, mir geht es gut. Das andere ist Stresshormon-Kortisol in Kombination mit Adrenalin. Ja, die sind schon wichtig, aber jetzt überlegt mal, die sind den ganzen Tag aktiv und beschimpfen sich gegenseitig. Was gibt das für ein Gefühl? Das gibt kein schönes Gefühl. Und jetzt wisst ihr, dass wir letztendlich über unsere Denkweise unsere Gefühle steuern. Und je nachdem, was wir denken, je nachdem, was für Gedanken wir haben, entsprechend dessen reagieren wir. Schauen wir uns jetzt zum Beispiel im Fernsehen Mord und Totschlag an. Schauen wir uns jeden Tag Nachrichten an, wo viele Menschen sich gegenseitig bekriegen. Schauen wir uns im Moment Situationen an, Diskussionen an, wo es um das Thema Corona geht. Wo sich die Menschen gegenseitig runter machen, sich gegenseitig fix und fertig machen, der dem einen im anderen keine Luft lässt. Schauen wir uns internationale Nachrichten an, wie Kriege und wie es Menschen schlecht geht. Kommunizieren wir nur mit Menschen, die letztendlich sogenannte Pessimisten sind. Kommunizieren wir mit Menschen, die nur Probleme haben. Was passiert mit uns? Was passiert in dem Moment mit uns? Wir haben Gedanken im Kopf, wir haben Emotionen danach im Kopf. Und die prägen unser Verhalten. Haben wir ständig Mord und Totschlag, ständig Unglück um uns herum. Sind wir selbst dafür verantwortlich, dass wir das auch noch selbst kommunizieren, dass wir selbst solche Sachen uns angucken, aus Gründen XY? Wie geht es uns dabei? Sind wir glücklich oder unglücklich? Wie fühlen wir uns dabei? Fühlen wir uns wohl oder weniger wohl? Und ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, auf was ich raus möchte. Angefangen haben mit dem Thema Sicherheit, mit dem Thema Angst. Wer keine Ängste hat, hat auch eine größere Sicherheit. Wer Sicherheit hat und sich selbst Sicherheit geben kann, durch sein Wissen, der wird eher ins Tun kommen. Da sind wir auch wieder im Bereich meines Wirkens, im Bereich der Ernährungsumstellung, im Bereich des Sportes, im Bereich des besseren Schlafens und dadurch der mehr Achtsamkeit. Wenn wir von vornherein darüber nachdenken, das Thema Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion, kann ich das überhaupt erreichen? Das ist bestimmt mit extrem viel Aufwand verbunden. Das ist mit extrem viel Verlust verbunden. Und wenn ich jetzt anfange, dass ich irgendjemandem erzähle und dann schaffe ich es nicht, dann lachen die mich aus. Seht ihr, hier entsteht eine Angst, weil keine Sicherheit da ist. Woher wissen wir, dass es nicht funktionieren wird? Woher wissen wir, dass wir es nicht schaffen werden? Nur weil wir es vielleicht schon ein paar Mal versucht haben, nicht geschafft haben? Ist es noch lang keine Sicherheit, dass es jetzt auch nicht klappt? Denn vielleicht hat man davor das falsche Werkzeug benutzt, hatte die falsche Strategie. Das ist ja auch oftmals im geschäftlichen Bereich. Wir hatten eine falsche Strategie, falsche Werbemaßnahmen, wir hatten die falschen Menschen umhören zu uns, wir haben die falschen Menschen gefragt, hat dazu geführt, dass wir versagt haben. Wir hatten einen Fehler gemacht, haben aus dem Fehler nicht gelernt. Wenn wir aus dem Fehler lernen, aus dem Versagen, dann wird es beim nächsten Mal sicherlich besser. Somit ist es wichtig, sich selbst die Sicherheit zu geben, sich selbst auch die Ängste zu nehmen. Wer das kann, ist nicht begabt, der gar keine Ängste hat und diese Ängste kalkulieren kann, ist super. Das gibt es halt auch von Natur aus, das hat was mit den Genen zu tun. Und zwar, wenn man von seinen Eltern, von seinen Vorfahren solche stabile Gene mitbekommen hat, dass da mehrere Menschen dabei waren, die stressresilient waren, die mutig waren, die angstfrei waren, dann bekommen wir das. Und wenn wir dazu noch selbst in der Lage sind, unsere Gedanken entsprechend zu sortieren und uns selbst die Angst zu nehmen und uns selbst Sicherheit zu geben, dann sind wir die, die umsetzen. Ist es genau das Gegenteil, dann sind wir die, die nicht umsetzen. So Freunde, ihr seht ja, das ist ein super, super spannendes Thema und gerade in meinem Bereich, wenn es darum geht, den neuen Lifestyle anzusetzen, zu sagen, ich kümmere mich jetzt wieder mehr um mich selbst, weil es wichtig ist für meine Gesundheit, für meine Zukunft, ist es wichtig, dass wir uns selbst auch die Sicherheit geben, dass wir uns die Ängste nehmen. Denn oftmals haben wir das noch gar nicht probiert und sind schon im Vorfeld schon sicher, dass es nicht funktionieren wird. Und oftmals haben wir es schon probiert, haben aber immer das falsche Werkzeug benutzt und sind dann überzeugt, dass es nicht funktioniert. Also werden wir erst gar nicht mehr ins Tun kommen. So, ihr Lieben, das war das Thema. Gib dir selbst die Sicherheit. Sorge dafür, dass die Angst dein Motivator wird und dich nicht blockiert. Gut, jetzt sagst du Andreas, das war alles schlüssig, das kann ich alles nachvollziehen. Ich brauche aber jemanden, der mich an der Hand nimmt und führt, der mir die ersten Schritte zeigt. Wie funktioniert das überhaupt? Auf was sollte ich achten? Was passiert, wenn ich diese Gedanken habe? Wie ersetze ich die durch rationale Gedanken? Wie gehe ich vor? Wie motiviere ich mich ständig, am Ziel zu bleiben? Das zum Thema Training, Ernährung, Gesundheit, Schlaf und Achtsamkeit. Dazu brauche ich jemanden, der mich an der Hand nimmt. Dann gebe ich dir jetzt eine klare Antwort. Unten in den Shownotes, unter den Bemerkungen findest du andreas-drienbacher.com und das ist meine Page. Da kannst du dir deinen Wunschtermin aussuchen, deinen unverbindlichen, kostenfreien Wunschtermin. Trägst dich ein und dann hast du in Kürze das erste Gespräch mit einem meiner Mitarbeiter und der klärt mal, was hast du für Voraussetzungen und inwieweit passt es mit dem zusammen, was ich anbiete. Und wenn wir ein gutes Match haben, dann haben wir in Kürze unser erstes 60 Minuten unverbindliches Beratungsgespräch, Strategiegespräch. Dann erkläre ich dir, wie gehen wir vor, welche Art von Bewegung, welche Art von Ernährung, auf was müssen wir achten. Ich lege dir eine ganz klare Strategie dar, dass du nichts mehr denken musst, sondern auch einfach tun. Dann hast du die Sicherheit von über 30 Jahren erfolgreicher Beratung von meiner Seite aus, von über 25.000 erfolgreich beratenden Coaches und den Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen von über 50 Stück. Dann brauchst du nie mehr darüber nachdenken, wie solltest du dich ernähren, was solltest du essen, was zum Frühstück, was zum Mittagessen, was zum Abendessen, welche Bewegung, welchen Puls sollst du haben, welche Übungen sollst du machen. Wie sollst du darauf achten, dass du ins Schlaf kommst, was sind da für Maßnahmen wichtig. Das Ganze liefere ich dir, sodass du in Sicherheit und angstfrei ins Tun kommen kannst. Und dann zeige ich auch noch dazu, dafür, dass du in Zukunft dir selbst eine Sicherheit geben kannst. Denn das ist auch meine Arbeit als Motivations- und Mentalträger, inklusive als kognitiver Coach. So, genug gequasselt, jetzt bist du dran. Bitte einmal eintragen und dann freue ich mich, dass wir uns in Kürze sehen und hören. Bis dahin, mach's gut und hab ganz viel Erfolg bei allem, was du tust und bleib gesund. und dann